Musik Ja, hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ja, Tag 3 oder Junk Journal 3 eher gesagt. Und zwar möchte ich euch heute das Pietje Puck Buch Junk Journal oder, ja, Buch oder Junk Journal vorstellen. Und zwar hat meine Mutter hier so eine Bindung gemacht, also dass man die einfach nur hier so herum bindet und ja, gegebenenfalls das so schließt. Ja, hier einmal wieder mit so einem kleinen Bimmelbammel dran, weil das Design hier vorne ist tatsächlich auch so mit Muscheln besetzt. Und dann würde ich sagen, guckten wir uns das doch jetzt mal gemeinsam an. Hier machen wir das einmal auf. Das hat sie übrigens hier mit so Nieten befestigt. Ja, also die Schnur ist auch verdammt lang, damit man das wirklich schön drumherum wickeln kann. So, Pietje Puck will Fische fangen. Also, ich habe tatsächlich gehört, Pietje Puck ist wohl, ja, schon verdammt alt. Ich selber kenne das tatsächlich nicht. Ich kenne wenn überhaupt nur Petri Heil. Aber vielleicht ist es ja sowas in der Art. Dieses Junk Journal hat tatsächlich drei Einbände, wie ihr jetzt hier gerade sehen könnt. Also, es ist tatsächlich auch wieder ein bisschen dicker. Ja, das hat ein Maß von insgesamt sechs Zentimeter. Ja, also auch wieder ein dickeres Buch. Endlich hat er das Ufer erreicht und mit letzter Kraft zieht er sich an Land. Ach, das scheint eine Geschichte zu sein anscheinend. Ähm, nee, die kenne ich tatsächlich nicht. Aber ist ja mal wirklich sehr süß. Ist das irgendeine, ist das eine Tasche oder? Nee, das ist keine Tasche. Dann will ich das jetzt auch nicht kaputt machen. Ne, also, das hier finde ich wohl echt, also, ach, das hat sie anscheinend mit Servietten gemacht. Denn, wie ihr jetzt gerade sehen könnt, hier drunter sind Schriften. Ich denke mal, dass er da wirklich eine Buchseite genommen hat und diese mit Servietten, also, als Serviettentechnik aufgepinselt hat. Sieht echt interessant aus. Sehr cool. So, hier wieder mit einer Tasche und ein paar Texts oder einfach nur Blätter, womit ihr selber noch basteln könnt. So, dann hier einmal wieder das Abenteuer beginnt mit einem Tag, wo ihr ja auch hinten wieder was draufschreiben könnt. So. Das, ist das jetzt eine Tasche? Ist das jetzt keine Tasche? Ist das... Nee, aber dafür ein verdammt cooler Fisch. Also, wenn ich mich jetzt gerade nicht ganz täusche, ach, da steht das ja auch. Äh, grauer Knurrhahn. Ob das wirklich ein grauer Knurrhahn ist? Also, ich weiß es nicht. Muss gleich mal googeln, ob das wirklich so einer ist. So. Dann einmal ein Steinadler. Just go. Oh, das ist ja süß. Das ist ja total niedlich gemacht, muss ich sagen. Gefällt mir total gut. Was ist denn da jetzt gerade runtergefallen? Ein Steinchen. Also, so ein Blitzersteinchen. Aber hier fehlt nur ein Blitzersteinchen. Kurios, kurios. So, hier hat meine Mama eine... Ach, tatsächlich. Eine echte Feder reingemacht. Das ist ja sehr witzig. Ist ja cool. Na, und da drüber hat sie halt so, ähm... Also, entweder ist das Tesafilm oder aber Folie drüber geklebt. Ich bin mir da jetzt gerade nicht so ganz sicher. Aber sieht echt interessant aus. Coole Idee, muss schon sagen. Pity lässt sich nicht veralbern. Kennt ihr die Geschichte, äh, von Pity? Wird mich interessieren, ob ihr sie kennt. Schreibt mir doch einmal einen Kommentar unter. Also, äh, unter diesem Video. Weil mir ist... Also, mich sagt das wirklich gar nichts. So, wieder hier ein paar Papiere, wo ihr Text draus machen könnt. Genauso wie hier auf dieser Seite. Ach, das Kaffeepapier. Ich liebe ja das Kaffeepapier meiner Mama. Und die kann das echt verdammt gut. So. Ja, ein Aal. Hier ist ein Aal drauf zu sehen. Verdammt schwer, diese Fischer zu fangen. Am besten nachts. So. Also, wie ihr seht, hier sind auch wieder einige Seiten frei. Die der neue Besitzer oder, ähm, ja, selbst gestalten kann. Das Buch, äh, das Jump Channel ist zum Beispiel ganz niedlich. Für Angelfans zum Beispiel zum Geburtstag oder so. Finde ich eine verdammt coole Idee. So. Mit Missverständnissen fängt es an. Ich glaube, ich muss mir diese Geschichte wirklich mal, äh, ja, mal angucken oder mal durchlesen. Die scheint ja wirklich extrem niedlich zu sein. Ein toller Hecht. Pety schläft nun mindestens schon zwei Stunden am Ufer des großen Sees. Bis jetzt ist die, ist der Kurken noch nicht einmal unter, untergetaucht. Das ist ein Glück, denn sonst wäre Pety der Fang erwischt. Also, ich muss mir diese Geschichte wirklich mal durchlesen. Verdammt süß. Ah, hier sind tatsächlich so Streifen, wo man, wo, ja, das macht ja auch das Schreiben tatsächlich einfacher, ne. Weil ich, äh, persönlich finde, ähm, auf einem Blatt zu schreiben, wo, wo jetzt keine Linien draus sind, das ist sowas von schwer, dann gerade zu schreiben. Also, ich bin da gar nicht für geeignet. Genau, hier haben wir einmal Karpfen. Also, jetzt musst du mir aber mal sagen, Mama, äh, woher weißt du denn, was das für Fische sind? Du bist doch nie mit uns angeln gegangen. So. Dann einmal hier, ah, mit der Inneren. Hier kann man auch wieder so ein kleines Bimmelbammel oder sowas dranhängen. Ist ja auch ganz niedlich. Ich, ich glaube, sie hat hier diese, diese, ähm, seht ihr das? Wenn ich das näher ranhalte. Ähm, ich glaube, das sollen Quallen darstellen. Würde ich jetzt tatsächlich, ähm, denken, dass das, ne, so, so im Wasser mit Quallen. Klar, hier die Blätter, ne, als Seetang oder so. Ja, gut, ähm. Warte mal. Ja, man könnte ja denken, Rochen wären viereckig. Also, man, man, also mit, mit viel Fantasie. Finde ich verdammt süß. Ist cool. So, hier habt ihr dann auch wieder Seiten, die ihr selbst gestalten könnt. Hier wieder mit einer Geschichte. Oder mit der Geschichte. Finde ich echt total cool. Muss ich mir echt mal durchlesen. Hier wieder ein paar Sachen, wo ihr wieder selber Text mitbasteln könnt. Ach, das ist ja gut. Was ist das denn für eine Pflanze? Das würde mich jetzt mal interessieren. Mutter, du siehst doch bestimmt gerade das Video. Schreibt mal unten in die Kommentare, was für eine Pflanze, also was für ein, äh, Blatt das ist. Das würde mich jetzt mal interessieren. So, dann hier wieder eine komplette Seite, wo, wo ihr was draufschreiben könnt. Ja, sehr, sehr cool. Also, ihr habt hier in diesem Jungle habt da wirklich noch einiges an Platz. Wirklich richtig viel Platz, um wirklich noch sehr viel zu machen. Ja, hier einmal von Heringen. Ich glaube, meine Mama hatte mal eine Phase, obwohl Blüten sind ja immer schön, ne, getrocknete Blüten. Äh, aber ich glaube, hier in diesem Jungle hat sie wirklich, ähm, sehr viel Spaß daran, weil, schaut mir, wie hübsch. Also, ich finde das mit diesen Pflanzen oder mit diesen Blättern, finde ich ja sowas von hübsch und, äh, wirklich schön. Finde ich total klasse. Hat sie super klingelkriegt. Einmal hier mit Blüten. Ach, schaut mal, die kann man sogar bewegen. Das ist ja niedlich. Das ist ja wirklich niedlich. Das ist ja cool. So, dann gehen wir mal weiter. Hier einmal mit einem Tick. Ach, das ist ein längeres Tick. Das ist ja auch sehr cool. Vor allen Dingen, dass sie das so als Tasche hier gemacht hat, mit diesen kleineren, viereckigen. Dann hier wieder der, äh, wie hieß der, Pityl? Ja. Der Pityl wieder am Angeln ist. Ach, schaut mal. Hier eine Angelrute. Pityl hilft sich aus der Patsche. Hilft sich aus der Patsche. Ah, ja, gut, okay. Und da. Hier finde ich das zum Beispiel ganz cool. Da könnt ihr irgendwie immer, ne, für den Angler zum Beispiel, ne. Wenn ihr das wirklich für einen Angler zum Geburtstag kauft, kann er hier immer seine Erfolge zum Beispiel auf dem Foto und dann hier drauf machen. Finde ich total cool. Na, weil die meisten Hobby-Angler oder wirklich normale Angler, die machen ja wirklich sehr viele Fotos von ihren, äh, Erfolgen, äh, was sie gefangen haben. Und, ähm, schön als Erinnerung draufkleben und dann hier rein. Wunderbar. Kann man sich immer wieder angucken. Ich bin mir jetzt gerade nicht so wirklich sicher, ob das wirklich ein Zander ist. Also wäre mein Mann jetzt hier, der wüsste sofort, äh, was das für ein Fisch ist. Aber er ist noch auf Arbeit. Weil mein Mann, der ist auch ein leidenschaftlicher Angler. Klar, er kommt aus, äh, aus Mecklenburg-Vorpommern, ne. Das ist, da ist ja bekannt, die Mecklenburger Seenplatte, ne. Und er ist sehr viel immer an der Ostsee, ähm, angeln gegangen. Ne, Brandungsangeln und, und, und. Also er könnte mir jetzt tatsächlich sagen, ob das wirklich ein Zander ist. Hm. So, dann wieder mit ganz viel Papier, wo ihr mitbasteln könnt. Dann einen Sonnenbarsch. Aha. So gut, wenn ich den auch in anderen Farben gibt. Aber ich hab den jetzt bunter in der Änderung. Ach nee, das war der Regenbogenbarsch, den ich meine. Dann kann das hinkommen tatsächlich. So, ist das, oh, oh, da hat, die klebt eine Seite zusammen. Ach, das ist aber nicht so schlimm, die geht ja so. Ohne Probleme auseinander. Echt, schaut euch dieses Papier bitte an. Und soll ich euch mal was sagen? Das hat meine Mutter selber gemacht. Das sieht man nämlich. dass sie da mit, ähm, mit Strukturpaste gearbeitet hat. Oh, was ist das schön. Das gefällt mir richtig, richtig gut. Wow. Ey, das sieht wirklich richtig gut aus. Das, ähm. Der Winter geht zur Neige. Ein lieber Frühlingsgruß und den richtigen Augenblick einfangen. Boah, das Papier, das gefällt mir richtig gut. Dann hier einmal mit einer Angelrolle. Also, das ist wirklich ein perfektes Geschenk für einen Angler. Es ist noch einmal gut gegangen. Und es geben wirklich so viele Angler, ne, und, äh, das wäre wirklich das perfekte Geschenk, wirklich. Dann hier wieder Seiten, wo man selber was ausfüllen kann. Dann einmal ein Salmosal-Salarlachs. Also, es geben ja verschiedene Fische, ne. Also, es kann ja sein, dass es... Da ist der junge Mann ins Wasser reingefallen. Dann einmal eine Bachforelle, ein Dübel. Ja. So sieht wirklich ein Dübel aus, ey, diese Mistfiecher. Ich sage deswegen Mistfiecher, äh, Mistfiecher. Weil mein Mann und ich, wir waren mal zusammen, ähm, an einem Baggerloch angeln. Ich, ich nicht. Ich werde jetzt erst meinen, äh, meinen Angelschein machen. Aber mein Mann, der hat den, ja. Und wir haben wirklich die ganze Zeit immer wieder versucht, wirklich auf, ähm, ja, auf allerhand zu angeln. Und was haben wir die ganzen bekommen? Immer wieder diese Dübel. Ja, also die sind wirklich, äh, sehr hartnäckig. Aber ist ja verdammt cool. Gefällt mir richtig, richtig gut, das Dunkel. Hier wieder mit einer, mit einer Feder. Einmal eine Barbe. Also ich war jetzt gerade am gucken, was das, woraus das sein könnte. Ich glaube nicht, dass es aus der Geschichte selber ist. Weil, ähm, die Schriften ganz anders sind. Versteht ihr, was ich meine? Ich glaube, das ist von einem anderen Buch. Aber trotzdem, sehr, sehr schön. Auch, dass es so schön braun ist. Gefällt mir ja total gut, wenn, äh, wenn die, wenn die Bücher schon so alt sind, dass die wirklich schon eine andere Farbe annehmen, ne? Na, auf jeden Fall hier, jetzt taucht doch Korken auf. Was hat der denn, was hat Pity denn gefangen? Ein Hecht. Ja. Ein Hecht hat er gefangen, hier auf dem Bild. So. Hier hängt irgendwas zwischen. Ein Blatt oder sowas. So. Also, wirklich mega viel Platz. Ach, ein Rotauge. Ein Rotauge. Ja. Auch das Papier finde ich, äh, muss ich sagen, hat meine Mutter sehr, sehr schön gefärbt. Sieht sehr, sehr schön aus. Oh, schau mal, wie süß das ist. Ist doch total niedlich, oder? Also, ich glaube, ich muss auch nochmal irgendwie ein bisschen spazieren gehen und mir so ein paar Blümchen nehmen. Aber wohl bemerkt, ich, ähm, ich gucke natürlich immer, wenn das zum Beispiel auf dem Feld ist. Ich kenne hier sehr, sehr viele Bauern. Und, ähm, ich würde tatsächlich, tatsächlich, auch wenn ihr es mir jetzt nicht glauben würdet, aber ich würde den Bauern fragen, ob ich mir das überhaupt da abmachen darf. Weil, ähm, weil, ähm, manche wollen das einfach auch nicht. Aber schaut mal, wie schön. Auch wieder mit so einer Serviettentechnik. Total süß, ehrlich. Hier einmal diese frechen Hechte. Mit einem Blatt hier vorne. Und einmal wieder so einer Karte und der Geschichte weiterhin. Viele, viele leere Blätter, was ich wirklich persönlich sehr, sehr gut finde. Die wieder Pity taucht unter. Oh, dieses Papier, finde ich so herrlich, dieses Kaffee-Papier. Ja, da sieht man sofort, das sind Karpfen. Meine Güte, ey, die Karpfen können ja richtig, richtig riesig und fett werden. Aber hallo. Na, also, dann hier wieder auch Pity. Vom Namen her würde ich fast sagen, Pity ist, äh, holländisch, oder? Würde ich fast denken. Hier einmal ein Kabeljau oder Dorsch. Ein Heilbutt. Ja, ja, wo wir gerade eben beim Thema gewesen wären, ne? Hier ist so ein Heilbutt. Und man denken könnte, dass es hier diese P-Eckige, P-Ecke gewesen sind. Ach, weil ich jetzt gerade gar nicht, wo die Seite gewesen ist. So. Hier wieder mit einer Geschichte. Einmal ein Seelax hier unten. Dann wieder. Pity ist ein feiner Kerl. Die Geschichte scheint wirklich total niedlich zu sein. Einmal hier sogar der Angel mit Bissanzeiger. Was steht hier? Ach so, hier geht nur gerade die Geschichte weiter. So, da kommen wir auch langsam schon am Ende. Hier habt ihr auch wieder ein paar mehr Zettel, zum selber irgendwie was zu basteln. Natürlich könnt ihr ja auch euer eigenes Papier nehmen, ne? Aber hier wäre zum Beispiel eine Kleinigkeit drin, um euch das Basteln zu erleichtern. Um zum Beispiel Text zu machen oder Taschen oder irgendwas anderes Feines. So, hier ist, natürlich bleibt die da dran, ne? Die Sicherheitsklammer. Klammer? Sicherheitsklammer. Ja, eine Heftklammer. So rum. So, dann sind wir auch schon wieder am Ende angelangt. Na, also wie ihr seht, das ist wirklich auch wieder ein sehr dickes Buch. Und, ähm, wirklich total süß und niedlich gemacht. Perfekt für Angler. Ich glaube, da freut sich wirklich jeder Angler, wenn er so ein Buch bekommt. Wo er sich selbst immer drin verausgaben kann. Wo er seine Geschichten reinschreiben kann. Seine Erinnerungen. Oder schöne Bücher, äh, schöne Bilder reinkleben kann, wie er jetzt, äh, ja, in seinem Leben schon gefangen hat an Fische und, 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 und. Also, finde ich total herrlich, total niedlich. Und, ja. Super, liebe Leute. Das war's, das war's auch diesmal schon wieder mit dem dritten Junk-Journal-Buch oder so. Und, ähm, wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir einmal ein Däumchen nach oben da. Um mich zu unterstützen, sehr gerne auch ein Abonnent. Würde mich super, super freuen. Bleibt gesund und einen schönen Tag noch. Tschüss. Und, ähm, wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir einmal ein Däumchen nach oben da.